Hey Leute, ich komme heute zu einer neuen Folge Empire Waro mit dem Zaptalyn und noch dem Nibiru. Genau, komm mal rein, ich muss mir nicht zu diätigen. Tag und heute gibt es einen One-on-One-Fight. Oh mein Gott, ich bin in der Cave. Hi, die Fresse. Wir haben jetzt auch als kleines Update, wir haben jetzt ein neues Plug-Hit drauf. Ein gutes. Ja, ein ganz gutes von Vilo Waro. Das habe ich natürlich ganz gut hinbekommen. Ähm, nein, Spaß, also wir haben der erste Brot und Leon Derry zusammen und ja. Also die beiden haben das hier gemacht, nicht auf jeden Fall eine ganz freshe Sache. Ich brauche mich gerade einfach straight nach oben. Oh, wie sind die beiden hier in der Bibliothek gar nichts gemacht? Hallo, Leon Derry, habe ich gesagt. So, Leon Derry. Du meinst mir einfach Len Easy, oder? Ich konnte nicht. Len, warum bist du so easy? Oh, Mann, wie ist das so easy? Da schreibe ich gerade auf den Shit. Ach, das ist ja nur Spaß. Ach, der holt sich noch das Eisen hier. Es, Negerino. Ich mache hier keinen, ich glaube, ich bin ein Troll, oder was? Meister. Meister, warum heißen die Deutschleiter eigentlich Deutschleiter? Weil sie so fest und knackig sind. Ähm, ja. Follow me, follow me, yeah. Wenn ich den ganzen Podix verstehe, wie muss ich die Virusfolge angucken. Ja, also jetzt heute in der 101-Fight gegen den Leibnithis, das Full Iron, das Full Iron, also relativ balanced. Ich war schon Zombies. Ich glaube, wir sind ganz dicht und sehr öffnbar. Das ist etwa Nacht. Ich muss mir das Eisen in den Osnägen. Ich höre gerne. Hast du einen Flint, ne, ne? Wie heif. Kontrolle. Du fällig einen Flint. Oh, nö. Warum? Auf Feuerzeug. Mach den! Ja. Nö, kein Flint. So, wir kommen jetzt eigentlich zum Sporn. Das müsste die Richtung sein, hier. Ja, in der Richtung geht der Sporn. Ja, warte mal. Einen Moment mal. In Ordnung. Hat wieder nicht abgedrückt. Oh, ich glaub's nicht. Egal, mach rein dann. Folge 3, ne? Ja, so. Folge 3. Alles gut, ist dann noch relativ. Weiter hier. Allerhin ist ein Außenposten. Okay, dann muss es halt wirklich da sein. Ah, ich boke mich echt gut. Du noch welches? Ja, hier. Wo bist du? Da. Mehr habe ich aber auch nicht wirklich also gebraten. Ich habe nur noch einen Dingsgleich üblich, 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 üblich. Alter, was mit dem Mops los hier? No-Balls verboten. Nee, also offiziell nicht, denke ich mal. Hätten wir eigentlich machen müssen, oder? Oh, stimmt schon. War ich nicht mal hier auf die, genau, den Mönchengen mitmachen. Das kann so eigentlich mit der Spitze geklommen. Ich dachte gerade, ein Gravelblock ist ein Schwein. Äh, was zum Teufel so, Diorit kann weg, genau. Da muss man ruhig stehen. Also, wenn ihr mich jetzt killt, habt ihr Food ohne Ende. Ja, mach. Doch, ich habe eine Höhle voller Hühner gefunden. Wir machen die sowieso, war nur noch. Oh, drei Minuten vorbei, wir müssen schnell da sein. Genau, dann wird er nämlich gekommen mit Dings und kann nicht, wird nicht gelieft. So. Ja, gleich kommt die Biroga jetzt so full dia an und klatscht jetzt zusammen. Feiern würde ich es, aber irgendwie. Feiern würdest du. Skelette immer töten wegen Knochen, nee, das können wir echt gut gebrauchen. Und den Enderman da hinten auch. Meister, warum heißt ein Deutsländer, einst ist Deutsländer. Ja, stirbt endlich. Weil ihr fast gegen eine Spinne. Haben wir noch eine Karotte? Hm, nö. Ja, es war dämlich, die alle oft zu essen. Perfekt. War echt jetzt nicht so klug, die alle oft zu essen. Ich habe gar keine gegessen. Wir sind am Spawn. Komm mal an den einen Ausgang vom Trailer. Ja, von welchem Trailer, Alter. Da, wo es zum Dorf rausgeht. Ich hole dich. Genau, wo es zum Dorf rausgeht. 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 Ah, ich seh dich schon, Nibiru. Du läufst genau richtig. Noch ein bisschen viel mehr nach links. Oh, läuft. Äh, links meinst du? Ja, du siehst mich ja. Hier. Wow. Fies Geräusch. Ich spreng mal kurz ein bisschen den Spawn. Habt ihr noch einen Ofen? Ja. Hier. Okay. Äh, wo ist mein Essen? Ach da. Müssen wir es schnell machen. Nicht, wenn einer jointen, müssen wir sonst direkt fighten, ne? Sonst ist das halt doof, wenn wir nebeneinander schnell sind. Lass ihn kurz ein Essen machen, meine Güte. Ja, ich sag nur. Nicht, dass irgendeiner gesteunt, dann kommt hier. Gibt's hier Probleme? Ja, lasst uns ein Screen noch nebeneinander machen. Erste Ware, wo wir zusammen waren hier. Goyle. Goyle. Crap und Goyle. Okay. Eine Minute. Okay. Komm, dann. Ja, ich brauch eh nicht mehr. Screenshot. Ach so. Ja, ja. Hier. Warte. Oh Gott. Wie guck ich? Okay, ich muss kurz mal das Fleisch holen. Da ist er auf dem Screen. So, ich bin bereit. Okay, du gegen mich, Daniel. Ja. Dann muss ich ja kommen dealen, ich steh mich hier hin. Verauft. Verauft, Squash. Was? Sonst würde ich nicht, dass ich mich kaputt lache. Ja, machen, machen, machen. Allen, los, los, los. Ja, es ist eh. Es ist eh die ganze Zeit. Es ist eh, komm eh. Wir sagen, wir müssen mit Countdown machen. Ich hab echt Angst, dass mir da jetzt so den Pin-Kombo gibt, ne? Sag mir, ihr beide bereit seid. Okay. Ja, go. Go. Okay, gut, ich, ja. Soll ich den Countdown machen? Oder mach ich einfach go? Oh Mann, dieses dummes Skelett. Okay, go. Okay, go. Okay. Wir sehen hier Outlaw Empire versus Nibiru. Spannend. Die Kombo. Die Kombo. Die Kombo. Die, die. Nibiru hat Land gewonnen. Outlaw Empire muss sich zurückziehen. Das Wasser. Hier kommen die Taktiken. Der alte Taktiker hier wieder. Packt es aus. Wann kommt der Lava-Eimer? Die Zuschauer sind gespannt. Es kommt kein Lava-Eimer. Kein Lava-Eimer. Schwert. Da, der Hit in der Luft. Nibiru muss den Rückzug ergreifen. Flüchtet sich zu den Creepern. Nein, doch nicht. Nein. Oh Gott. Erste. First Blood. Okay, GG. GG. Wir haben gewonnen. Ja, GG. Also er hat halt wenigstenschluss, weil sein Mate halt nicht da war. Ist halt kacke. Warum steht da Player Name? Keine Ahnung. Ich war wohl... Nicht relevant genug. Die Aufnahmezeit ist vorbei. Yo, meine Aufnahme ist Ende. Danke. Tschüss. Ja, GG, Daniel. Egal, ich skammel jetzt in eurer Folge mit Raum. Ja, kein Ding. Ja, also jetzt mal kurz erklär, man wollte jetzt einfach in 101 schnell fighten, weil sein Mates, der Jan, der wollte eigentlich dabei sein, ne? Und ist halt einfach nicht da gewesen, allein ist halt doof. Verein, weil Nibiru halt sowieso alleine schwer Chancen, weil er nicht so der PvPer ist. Ist halt natürlich dann doof, wenn der Mates nicht da ist. Wollen wir wirklich hier hinlaufen? Ich weiß es nicht. Lass mal da langlaufen. Ich will irgendwo hin, wo es Essen gibt, ey. Was geht das langsam aus? Ja, stimmt. Pferde geben natürlich kein Essen, eine super Sache. Meister, warum heißen die Meisners Meisners? Klärchen. Oh Mann, hab ich schluck auf. Siehst du mich? Hühnchen! Ich bin rechts weiter langlaufen, ne? Ich bin links langlaufen. Geil. Perfekt. Aber hier sind extrem viele Hühner. Echt? Die bräuchten halt mal ein Feuerzeug. Ne, die sind schwimmen eh alle im Wasser. Da kannst du sie schlecht anziehen. Oh, jetzt Lava. Könnten wir mal ein paar Lava einmal machen, auf jeden Fall. Ich komme jetzt den Berg hoch, du musst es dann da irgendwo sein, ne? Jo, hier oben bin ich. Ich glaube, hier Lava einmal gemacht. Ah, hi. Ich kann es auch mal eins machen. Hier wieder, wenn du die Dings kaputt machst. Oh, wow. Warum müssen wir den Winter auch so voll? So. Äh, ja, was sollten wir denn? Wir bräuchten echt Essen. Wo denn mit dem Lava einmal können wir auch schon mal die ganzen Fischer töten. Ich bin dann weiter rechts gelaufen, ne? Hm. Ich seh dich. Wollen wir die Schneeball einfach erlauben? Hast du mich getenhardet? Nein, auf keinen Fall. Gut. Die S-Step-Kombo war am Anfang da. Schweine! Ne, doch nur eins. Ne, ne, ne. Ich hätte auch wenn ich ein Lava einmal hätte, hätte ich ihn nicht benutzt. Hier sind Tiere auf jeden Fall. Hier sind Tiere auf jeden Fall. Aber alle so behindert an irgendwelchen Klippen. Alter. Ja, geil. Vor allem das Schwein da hinten. Das ist Gravel. Ist doch Gravel hier, ne? Das ist doch Gravel. Das ist Deutschland hier. Ja? Okay, ist Gravel. Coole Sache. So. Wer auch immer hier irgendwelche Treppen baut. WTF. Brauchen wir überhaupt eine andere Full-Iron-Rüstung? Hm, keine Ahnung. Glaub nicht. Ne, oder? Ne, sag ja. Glaub ich ja nicht. Dann pack ich die einfach so zusammen. So. Ähm, okay. Ich hab jetzt ein Feuerzeug gemacht. Wenn die auch noch eins machen. Joa. Ich mach's grad mit der Lava bei den Tieren schon, also. Ja, Sascha ist ja auch ganz gute Option auf jeden Fall. Eisenspäck war ich aber. Oh, bei Hühnern funktioniert es leider nicht so gut. Hm? Bei Hühnern funktioniert es nicht so gut. Ja, ja, ja. Die sterben nicht so. Hier ist eine Höhle direkt da können wir rein. Dann weißt du nicht schon, wer der ist. Ne, ne, aber ich bin hier oben bei den Hühnern. Ich bin bei dir direkt. Da oben. Da hinten bei den Bäumen. Bei den Bäumen. Ich wusste es, ey. Ich wusste es. Aber ich fährst jetzt. Da ist das hier jetzt kommt. Spähe, Nasser. Echt mal, wir brauchen Fehler. Sag mal, hier muss es doch irgendwo ein paar mehr Tiere geben. Das kann doch nicht sein. Boah, ich dachte, ich hätte noch aufgenommen. Ist ja nix. Mein, ja, Hühner schon gut für die Federn auch so, ne, aber. Vergiss nicht, genug Holz mitzunehmen. Fehler sind echt wichtig. Was ist wichtig? Was ist wichtig? Federn, ja. Ja, ja. Junge. So, hallo. So, okay. Kommst du hierhin, oder? Sofort, ich habe hier noch ein großes Feld mit vielen Hühnern. Keiner, ich denke mal nicht, dass es so schlimm sein wird mit diesen Schneebellen, lass uns dann einfach, ne. Na, laugen wir es einfach. Es ist noch ein Außenposten, Lel. Gibt vier Stück. Ach so, mal für jede Richtung einfach. Ja, so gut. So, ein ganz nice. Kann man sich orientieren. So, ich soll jetzt zu dir zurückkommen, ha? Ja, ja, wo du mich unten gesehen hattest. Da machen wir jetzt einfach, oh, da will ich die. Na, das war aber nix. So. Da bist du im Bauch jetzt auch nicht so viel. Da willst du wirklich eine Höhle auf den Berg gehen. Das finde ich nämlich nicht so sinnvoll. Ja, stimmt. Ja, dann das weiterlaufen. Ich will noch ein paar Schneebellen noch mitnehmen. So, okay. Mach das. Ey, den Kürbis hätten wir mitnehmen müssen. Warum? Ach so. Schneebellen. Sehr schön, nämlich Schneebellen, ja. Schade. Vergessen. Na ja. Oh, jetzt noch wieder Fleisch. Wunderbar. So. Noch eins. Gut, dass uns auch keiner nachgejoint ist, weil es gibt ja echt schon Leute, die haben da schon ganz guten Stuff. Also, das hier sieht so aus wie ein Varu. Das Stück hier. Mit den Felsen da. Okay. Wo Unge dann Dings, äh, Early Boy gesehen hat. Äh, Early Boy ist hier. Shitphasen. Shitphasen. Alles klar. Lass dir da komplett aus. Wegen Early Boy. Den PvP Pro. So. Oh, was kann ich eigentlich? Also, ja, auf jeden Fall, wir haben da schon vor. Hier ist, oh, Halleluja. Es ist keine, es ist keine Hülle, es ist keine Hülle. Oh, schade. Ah, nein, das ist vorbei. Wir haben wieder nichts geleistet hier. Das ist unsere dritte Folge. Naja, wir haben sehr viel Essen, ne? Ja, es sind zwar nur Hühner, aber immerhin für den Anfang reicht's. Ja, Hühner sind doch das Beste. Über den Job nehmen wir nur ein Fleisch. Ja. Echt? Ein Fleisch und bis zu zwei Federn. Hier ist noch ne, ne, Wasser. Wir müssen ja leider noch einen Diamanten finden, das ist ja das Sache. Oh, Hasen. Oh, Mann, das ist ein bisschen. Doch, klar. Da kommt auch Fleisch raus. Ja, aber ganz selten. Hm. Böse. Echt, erst mal reinkommen, wieder am Minecraft zu spielen, so ein Movement, voll im Arsch. Hier können wir Äpfel farmen erstmal, nächste Folge. Weil runtergehen, mein kann man immer mal. Hier sind auch ganz viele Pilze, ne? Ja, genau. Auch nicht vergessen. Ja, okay, ging eigentlich ganz klar. Wir haben eine gute Location gefunden hier. Ich denke mal, dann können wir ja so machen. Einer farmt dann Äpfel, paar Pilze und der andere geht dann runter, nächste Folge. Ja. Gute Idee. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like. Na, schaut bei den Nibiru vorbei. Nein, bitte nicht. Und schaut auch den Kampf da, ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao. Ciao.